so hallo also erstmal liebe grüße nach bielefeld also ist angekommen der zuschuss zu der möhre und ich habe mich sehr sehr gefreut aber warum ich heute eigentlich ein video mache hat einen ganz besonderen grund und zwar habe ich gestern also wieder mal zdf geguckt öffentlich rechtliche fernseher muss ja mal bei der konkurrenz reinschauen obwohl natürlich die öffentlich rechtlichen für uns keine konkurrenz sind können es ja gar nicht sein weil wir können da gar nicht konkurrieren also gut zum thema also wie gesagt gestern habe ich einen film gesehen und da ist darum gegangen dass also ältere menschen ältere menschen also gezwungen werden um ihr lebensunterhalt zu bestreiten flaschen zu sammeln und die haben also mehrere ältere menschen gezeigt die also ja auf verschiedene möglichkeiten versuchen über die runden zu kommen und ich war also dermaßen erschüttert und dass ich einfach zu dem problem einfach mal bei worten sagen muss deutschland ist also wirklich ganz viele sagen ultra ultra reiches land aber wir sind auch nicht arm und und ich finde es also dermaßen beschämend beschämend und ich finde es dermaßen schlimm dass in so einem land wie die bundesrepublik deutschland menschen mit 80 jahren und den haben sie gezeigt mit 80 jahren ein mann der also rumgegangen ist und flaschen gesammelt hat der also rumgegangen ist und zum beispiel bei festivals wo jugendliche abfeiern und da liegen hallo hallo und das mit sicherheit keine veranstaltung wo ältere menschen mit 80 jahren unbedingt hin müssen und da gezwungen wird also da flaschen aufzusammeln wo diese leute einfach wegschmeißen so für die flaschen sammler da habt ihr einmal erbrocken und ich finde das beschämend beschämend also wirklich war dass das 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 überhaupt in deutschland ja ja dass die leute dazu in deutschland abgezwungen sind das zu tun um ihren lebensunterhalt zu bestreiten ich war dermaßen erschüttert und ja und es sind keine einzelfälle mit 80 jahren läuft er rum sammelt bierkästen und und man hat so eine arpe gehabt hat alles reingeladen in die arpe und ist dann zum irgendeinem laden gegangen hat er eine stunde lang leere flaschen reingeschoben alle haben sich gefreut weil der den ganzen automat blockiert hat und also ich finde sowas schon mir ist es selber schon mal passiert dass ich also vor ein paar jahren zwei jahren oder so war ein älterer mann der also im flaschencontainer im glaskontainer mit so einer zange reingelangt hat und hat er versucht flaschen rauszuholen und da bin ich hingegangen haben wir wollten einen zehner in die hand drücken und da hat er gesagt er nimmt gealmosen er arbeitet dafür und er war so stolz also wirklich diese zehn euro von mir zu nehmen da hat er lieber diese flaschen raus gesammelt und also ich also mir fehlen fast die worte mir sind gestern fast die tränen gekommen und ich sag also sowas darf es in so einem land nicht geben genauso wie die kindertafeln die ganzen tafeln dass es die überhaupt geben muss leute das ist doch ein armutszeugnis das ist doch ein armutszeugnis für deutschland schämt euch doch für die waffenrüstung gebt ihr so viel geld aus da geht es euch am arsch vorbei was das kostet die scheiß bundeswehr aber für eure armen Leute für die renner die können ja die flaschen sammeln und nicht einmal das flaschenpfand hebt ihr an dass es weniger teurer wird da bin ich wirklich sauer mann in so einem land zu leben na wo die menschen so müssen also so also das hab ich mir rausgeladen den dampf aber man muss es doch einmal saug man muss es einmal saug darf ohne gleich im rechten flügel oder irgendwo neustellen zu werden muss man einmal saug werden leute ihr politiker establishment das ist scheiße es kann doch nicht sein dass ich vor der wahl stehe meine 10 sind kaputt und ich stehe vor der wahl entweder ich nehm am kulturellen leben teil oder ich lass mal 10 mach ich kenne also mehrere fälle die stottern ihre zähne ab und sie nicht mehr in der lage mal ins kino zu gehen oder ins theater das sagt doch mal vor leben in mir zappralotten das muss doch mal gesagt wer da bin ich ver stinkesauer jetzt reicht es langsam es reicht jetzt hab ich es mal raus gelassen aber das ärgert mich schon die ganze zeit ne wirklich war du hast überall bei jedem arzt oder so wenn du hingehst immer diese Igelleistungen ne das kutzt mich auch ne das kutzt mich auch früher hat sowas auch nicht gegeben ne da hast du dein Rezept bezahlt für zwei mark und dann war die Bär geschält und ganz früher hat es gar nicht gekost nach dem Krieg also 60er Jahre oder so ne und dann sind sie kommen eine Mark zwei Marken jetzt inzwischen wird es immer mehr immer mehr immer mehr und immer mehr ne und die ganze Igelleistung das ist eine Sauerei ohne das gleiche dass dich der Arzt nicht behandelt wenn du eine Zeit blöde Igelleistung bezahlst wenn sie was für ein Landleben in mir dass Kinder in die Kindertafel gehen müssen das ist doch ne Schande dass ich die überhaupt geben muss ist ne Schande ich weiß ich hab mich jetzt wiederholt ich hab mich jetzt wiederholt aber schuld sind mir unsere Generation aha ich ich tue mir es ja selber auch auf laut wir waren die 68er wir waren die wir waren die wo die Welt verändern wollten was haben wir gemacht die Scheißdeck haben wir gemacht wir haben es nicht geschafft die Welt zum Besseren zu verändern wir haben es nicht geschafft wir haben es nicht geschafft mehr Kulpa mehr Kulpa maximal mehr Kulpa wir haben es nicht geschafft wir haben es nicht geschafft wir haben versorgt wir haben die Kapital Fenster und Türen geöffnet und jetzt beuten sie uns aus ohne Ende ohne Ende die Spalte wird immer größer zwischen Arm und Reich immer größer auf der einen Seite sind Leute da die Flaschen sammeln müssen auf der anderen Seite sind Menschen da die mit dem Geld gar nicht mehr wissen was sie anfangen sollen und da liegt der Grund begraben warum so viele Menschen von diesen Volksparteien enttäuscht sind und die vielleicht auch nicht mehr wählen wollen denken wir drüber nach wir haben mal Europawahlen denken wir drüber nach ob man nicht vielleicht eventuell mal über den Wahlzettel mal entscheiden kann mal was anders zu tun da gab es ja die Bewegung aufstehen und da gibt es ja immer noch ich habe immer gedacht diese Bewegung aufstehen haben wir ja gleich schon eingeschrieben aufstehen und hey die sind Sitz geblieben die kommen mit dem Arsch auch nicht hoch die kommen auch nicht hoch mit dem Arsch da geht doch auch nichts manchmal ich weiß aber auch keine Lösung ich weiß auch keine Lösung wenn mir jetzt erst ein Gelämmer rauskommt aber dafür haben wir unsere hochbezahlten Politiker wo jeder über 10.000 Euro einsteckt jeden Monat die sollen sich doch mal anstrengen und sich mal was einfallen lassen wie man die Situation in Deutschland verändern kann das muss ich doch nicht mit meiner kleinen Rinde machen oder? also gut also Spaß beiseite jetzt fast gesagt aber das war jetzt wirklich kein Spaß das war also schon ernst also ich finde es wirklich beschämend wie es uns in Deutschland geht wie es uns Rentner geht wenn ich also die Entscheidung habe als Rentner gehe ich zum Zahnarzt weil dann nehme ich einen kulturellen Nebenteil in der Stadt und weil wenn ich den Zahnarzt abbezahlen muss bleibt mir vielleicht kein Geld mehr um ins Kino zu gehen oder ins Seara oder vielleicht mal eine kleine Reise zu machen mit irgendeiner billigen Reisegesellschaft dann finde ich das beschämend und liebe Politiker stellt Weihnachten vor der Tür schämt euch schämt euch das gebe ich euch mit ins neue Jahr 2019 also gut da habe ich nochmal Dampf aufgelassen das hat er mal sein Müß das hat er mal sein Müß das freu ich mich wieder also gut wünsche euch einen schönen Tag und ja lasst es euch gut gehen miß bin du w w Vielen Dank.